Im Audioversum in Innsbruck lernen Sie, wie das Hören funktioniert. Sie können bei uns aber auch zuhören und vor allem mitreden. Im Rahmen unserer Sonderausstellung Stay Safe vom Vertrauen in die Sicherheit laden wir zu einem besonderen Talkformat. Wir diskutieren über die verschiedensten Aspekte von Sicherheit im Leben. Inwiefern haben die Krisen der letzten Jahre unser Sicherheitsdenken beeinflusst? Haben wir mehr denn je das Bedürfnis nach Sicherheit, das sich immer weniger befriedigen lässt? Unsere Gäste sind Therese Fiegl, Unternehmerin und Agrarökonomin, Katharina Cibulka, feministische Künstlerin, Christian Steinmeier, Versicherungsmakler und Kulturförderer, Benni Reich, ehemaliger Skisportler und Olympiasieger und Markus Koschuh, Kabarettist und Rettungssanitäter. Am Donnerstag, 29. Februar, 19 Uhr im Audioversum Science Center in Innsbruck. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und auf Ihren Besuch. Stay safe!